Und das macht richtig viel Spaß. Oder auf Luftballons. Luftballons sind fast noch besser. Das ist ein bisschen wie Kindergeburtstag. Ich musste immer am Tor stehen. Mein Lieblingswitz zur Zeit. Was liegt am Strand und ist schwer zu verstehen? Eine Nuschel. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich hatte bis nach der Uni kein einziges Mal Sex, was mir so zuwider war. Und gerade dann sollte man Sex haben, Tom. Untertitelung des ZDF, 2020